Wir hören nun einen musikalischen Beitrag des jungen Künstlers Malik Samu. Er ist 20 Jahre jung und seine größte Leidenschaft ist die Musik. Er hat ein eigenes Stück komponiert mit dem Titel 10 Jahre hier. 10 Jahre, ich bin hier, immer noch keine Papier. Leute, was soll ich machen? Das Problem ist nicht bei mir. 10 Jahre in Deutschland, immer noch kein Aufenthalt. Jeden Tag, jeden Tag, eine Post von Sozialamt. Jeden Tag, nur jeden Tag, eine Post von Arbeitsamt. Ich erzähl den meine Sorgen, die sagen zu mir, komm morgen. Ich erzähl den meine Sorgen, die sagen zu mir, komm morgen. 10 Jahre, ich bin hier, immer noch keine Papier. Leute, was soll ich machen? Das Problem ist nicht bei mir. Ich mach meine Ausbildung, ich will keine Abschiebung. Ich mach meine Ausbildung, ich will keine Abschiebung. 10 Jahre, ich bin hier, immer noch keine Papier. Leute, was soll ich machen? Das Problem ist nicht bei mir.